Hallo, hier ist der Trill. Ich bin hier zusammen mit Felix, Fatih und Dennis und wir spielen heute Behind the Beard. Wir kriegen zehn verschiedene Bilder von Big-Persönlichkeiten gezeigt und müssen anhand des Bartes erraten, wer sich dahinter verbirgt. Bevor das Spiel losgeht, gucken wir uns noch unter Philips Groom Tribe App ein paar Bartstiles an und der Gewinner sucht dann für den Verlierer ein schönes Bart aus. Ich hätte Smooja gesagt. Ein Randon von der Straße. Du hast recht, oder? Das ist Smooja, oder nicht? Ja! Was? Er hat recht. Christian Lenz. Siehst du an den grauen Haaren? Ja. Glaube auch, ne? Das ist definitiv Lenz. Ja. Das kann nur Lenz sein. Ich kenne keinen von euch, der graue Haare sonst noch hat. Boah, was hat der auch gedacht? Ach. Das Tapsen. Boah, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich auch kurz überlegt. Ich habe mich nicht getraut. Ich wusste es. 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 Ah, der war stark. Ich wusste es. Tizian. Was? Boah, krass. Nicht schlecht. Aber krass. Viel Pressure. Das ist Trilux. Bist du das? Ich erkenne mal aus, du wirst nicht. Alter, ich dachte, wer hat so dunkle Arme. Nein, das habe ich gar nicht gedacht. Ich auch nicht. Hä? Ist das ein Kopf? Wer hat denn so wenig? Hä? Ich glaube, ich weiß, aber ich traue mich auch nicht. Ich traue mich auch nicht, ich würde keinen Minus geben. Wer ist das da? Santares. Ich? Nein, auf gar keinen Fall. Niemals. Das war jetzt ein Meme, oder? Ich weiß nicht. Richtig. Weiter geht's. Hä? Ah, oh ja. Lissi. Ja, aber ich... Ich werde viel auch noch korrigiert. Aber darf er nochmals machen? Klar. Das ist auch so. Ja, oder? Das bin ich selber vor der Rasur. Nein. Ich wollte auch drüber. Nein. So macht ihr das? Ich bin richtig hässlich gewesen vor der Rasur. Ich habe überlegt, wer so einen schmierigen Unterlippenbart hat. Richtig, ja. Richtig, ja. Vorher bin ich das. Mann, ich habe dich getraut. Ey, was? Das sieht doch auch ekelhaft aus. Du machst ja auch vernaschen und so, Alter. Das hätte ich ja nie gedacht. Das ist auch ekelhaft. Das ist ekelhaft. Hatten wir das schon auf der Cam drauf? Wir hatten ihn nämlich schon vorher in der Proberunde. Also, ich habe keine Chance. Ihr seid absolute Genies. Das bin ich selbst, glaube ich. Was? Echt? So viel Bart, ja? Doch, das bin ich. Ja? Ja. Wann hat es denn so einen dichten Bart? Was? Wie heißt denn das? 2019. Guck mal, was für Augen, ey. Wo ist das andere? Ein richtiger Zeichwort. Was ist das? Was ist das? Was ist das denn für ein Gerissen? Das müsste eigentlich Dandrische sein. Was? Nein, du hast recht. Er ist es, glaube ich, ja. Das ist Joseon, ja. Ich wollte gerade buzzern. Nein. Boah, dafür muss ich eigentlich zwei Punkte rückkommen, Alter. Was ist das denn? Das war echt gut. Weil gesoomt ist es halt nochmal so schwieriger. Okay. 2, 2, 2. Ey, dann hast du auch gescriptet. Das war einfach so. Damit ihr in der nächsten Folge einschaltet, ist so ein Clipfänger drin. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Nein, Spaß. Achtet. Nein. Was ist das denn? Oh, das ist krank. Das ist krank. Ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll. Trau dich mal. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Echt? Oh, ich wusste es. Das ist Lenz. Hä? Bin ich? Nein, das sind graue Haare. Roman? Also, ich denke beides nicht, denke ich. Wer sonst? Ja, aber wenn das wieder Lenz wäre, dann hast du doch zweimal Lenz. Egal, kann doch sagen. Ja, aber es gibt ein Bild, wo er einen viel längeren Wart hat. Das kenne ich nämlich, das Bild. Okay, dann. Aber Lenz hast du doch gesagt, oder? Ich habe Lenz gesagt, ja. Das ist nicht Lenz, glaube ich. Ich habe es verkannt. Hä? Es ist Lenz. Hast du nicht, du hast doch Lenz gesagt, oder? Ja, ich habe Lenz gesagt. Hä? Wer ist das Lenz? Oh, es ist Tom. Tom. Sagst du mir das vor? Es ist so full screen. Tom B. Heute Geburtstagskind. Schöne Grüße gehen wir auf. Stimmt, ja. Ja. Ich hätte selber was an können noch, ne? Stimmt, du hättest auch mal. Stimmt. Ich habe es nicht mehr gemacht. Ich habe es nicht mehr gemacht. Damit, Felix, glaube ich, stylen wie dein Bart wieder um. Aber hat dir beim letzten Mal schon besser geklappt, oder? Das Foto hast du ja selber gesagt, dass du davor nicht so gut aussahst. Und jetzt können wir drauf. Wir machen was Gutes, was Schönes. Und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Felix, mach dir keine Sorgen. Du bist nicht der erste E-Sportler, den ich rasiere. Also, mach dir da keine Sorgen. Ich habe da sehr viel Erfahrung. Und auch noch mit dem Philips One-Blade, das ist noch einfacher als auf dem Server. Okay? Wir haben uns ein bisschen was ausgesucht. Wir können währenddessen ein bisschen uns anpassen. Und wenn wir sagen, oh, das sieht jetzt gerade interessant aus, mal so einen Blick reinwerfen, ob es dir sozusagen gefällt. Aber wir machen immer weiter und weiter, bis wir sozusagen am Ende beim Stirling angelangt sind. Mach dein Ding. Das ist so verrückt. Ich bin auch so. Felix, wer kann auch das machen? Das fände ich sehr gerne. Ich bin echt froh, dass das Farki macht. Ja, aber die Arme kommen auch noch dran. Lennart, bist du schon ready? Ja. Sieht schon zu gut aus. Das ist der Standard. Alter, du bist ein richtiger Profi. Boah, das spielt. Du kannst das ja. Nur erstmal so, jetzt könnten wir noch mehr machen. So Leute, natürlich ist das ja auch eine Show. Wir haben nur mal kurz gezeigt, dass auch die Kanten absolut safe sind. Also jede Kante ist eine geile Backkante. Wir können gar kein Gesicht kassieren sozusagen. Aber was wir jetzt machen wollen, Felix, tut mir leid. Aber wir werden jetzt mal ein bisschen Spaß haben. Und mal gucken, vielleicht gefällt dir was von den crazyeren Stiles. Ich wollte einfach nur mal ein bisschen kurz flexen, was alles möglich ist. So, ja? Alles möglich. Ich muss zurückhalten zwar, die sind bei mir, ne? Das gefällt dir, ne? Von dem Sofa zu sitzen, zu judgen und einfach Spaß zu haben. Jetzt hast du noch Nackenschmerzen. Ich sag nichts mehr. Wenn hier was unter... Hier ist viel mehr als da, aber... Nein, nein. Das ist doch nicht fertig. Das ist viel mehr als da. Okay, das hat dir nicht so gefallen, ne? Ich mach jetzt mal ein bisschen mehr weg. Wann hast du das jetzt gemacht? Na, clean auf nur gehabt. Ich muss echt sagen. So stellt euch. Das sagt dir so. Reaction Cam. Ja, ist okay. Oder sollen wir alles wegmachen? Nee, das ist gut. Ich finde auch, dass es gut aus dem Einmal ins Publikum kommt. Alle haben. Danke. 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 Danke.